Im Prinzip sind es nur mächtige Kalksteinfelsen. Dazu sattgrüne Bäume sowie feinster Sand. Dazwischen liegt herrlich türkis-blaues Wasser. Keine Frage, der Mukoangtong Nationalpark ist eine Bilderbuchkulisse im Golf von Thailand. Das 102 Quadratkilometer große Meeresschutzgebiet, letztlich von Koh Samui, lässt unweigerlich an Robinson Crusoe viel aufkommen. Irgendwie wirkt es so, als ob ein Riese beim Knurren mit einem Würfelbecher die 42 Insel in den Golf von Thailand ausgeschüttet hätte. Dabei weist der Mukoangtong Nationalpark nicht nur über, sondern auch Unterwasser zu begeistern. Am Fuße der Felsen von Kaua etwa liegt ein faszinierendes Flachwasser-Korallenriff, ein buntes Galadiskop mit farbenfrohen Schwangen, Korallen und Fischarten. Herrliche An- und Ausblicke sowie Bademöglichkeiten bieten unter anderem die Insel Muko, sowie die tropische Bucht von St. Penang. Mehr zu dem thailändischen Inselparadies aus Felsen, Palmen und feinstem Sand unter www.northema-reisemagazin.de 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 www.northema-reisemagazin.de